Warum wolltest du mit mir reden? Um dir zu helfen. Du bekommst ein paar Millionen Euro auf das Stiftungskonto. Dafür will ich das Gesetz über die Baugenehmigung. Weißt du, was hier entstehen wird? Ostia wird sowas wie Las Vegas. Erledige deinen Teil, um alles andere kümmere ich mich. In ein paar Tagen fliegt dir deine Partei und die ganze Regierung um die Ohren. Ich spreche mit meinen Referenten. Die gibt es nicht mehr. Wir können jeden kaufen. Du hast gesagt, du würdest mich decken, mich beschützen! Einen Dreck hast du gemacht! Ich will nur das, was mir gehört. Ich will nur das, was mir zusteht! Warst du das? Das war Rom. Rum. Markus, du bist das? Ich habe mir gehört, 나가 zuerst ein, was mir zu sein. Das war Rom.